Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gern dein Like, Kommentar und auch Abo da. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam wachsen und genau deswegen lege ich auch direkt los. So, liebe Seele, da wollen wir doch sehen, was der Tag für dich bereithält und es sieht hier sehr, sehr spannend aus. Wir werden uns überraschen lassen. Ja, du bist Liebe ist auf jeden Fall ein Aufzeig, denn heute geht es vor allem um die Sicherheit deiner Selbstliebe und auch dein Selbstbewusstsein. Wo hält dich Mangel noch gefangen? In welchem Bereich deines Lebens? Es ist A, die Liebe, wir haben die finanzielle Fülle und auch so ein bisschen der Glaube an dich selbst, der ab und zu noch mangelt. Aber damit ist nicht ganz Schluss, also nicht von jetzt auf nachher, das ist gar nicht möglich, aber in naher Zukunft ist damit Schluss, weil du dir selbst beginnst, Antworten zu geben. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Hier liegt nämlich auch eine Herzöffnung dabei, dass du deinem wahren Weg, deiner Berufung, also was willst du wirklich tun in diesem Leben, dass du dem dann näher kommst? Und wie passiert das? Indem du dir eigene Antworten gibst. Dadurch öffnet sich nämlich dein Emotionsfeld, das Emotionsfeld zum Arbeitserfolg hin und raus aus dem Mangel hinein in die Fülle. Du wirst also Themen, die dir eins wehgetan haben, als positive Lernthemen ansehen. Du wirst sie ansehen, als wenn sie so geschehen mussten. Und das ist schon mal der erste wichtige Teil. Ich drehe ganz kurz meine Kamera ein bisschen. Da hatte mich der Standfuß doch ein bisschen gestört. Aber es geht wirklich darum, dass du verstehst, deine Seele wächst über sich hinaus jetzt. Du kommst jetzt in Sphären hinein, die dich natürlich enorm stärken, die dir aber auch die Kraft geben, jetzt weiterhin deinen wahren Weg zu finden. Und das geht hinein in die Berufungsfelder und auch hinein in die kommunikativen Beziehungsfelder. Und das hat sogar endlich auch mal sehr viel mit der Liebe zu tun. Tu etwas für jemand anderen. Schenke jemandem deine Aufmerksamkeit. Das ist ein schöner Hinweis. Da geht es darum, dass in der Zwischenmenschlichkeit du nicht nur jemandem die Aufmerksamkeit schenken sollst. Also es geht nicht darum, dass du dich jetzt bemerkbar machst, sondern dass du deinen Augenschein in deinem Lebenslauf auf diese Person jetzt mal lenken solltest. Wie sehr bereichert sie dich oder wie sehr hatte sie dein Leben bereichert oder wie sehr zerrt sie an deinen Nervenkostümen? Wie stark ist deine Resilenz, wenn diese Frau oder dieser Mann da ist oder wenn er nicht da ist oder sie? Also heute geht es wirklich darum. Es geht aber auch um dieses Etwas tun für jemand anderen, dass du aus dir herauskommst und Dinge vielleicht tust, die dir sehr lange schon auf der Seele lagen, du dich aber einfach nicht getraut hattest. Also es geht auch so ein bisschen um das Überwinden des eigenen Schweinehundes. Schenke jemandem deine Aufmerksamkeit ist hier ganz, ganz notwendig, auch in Form der Kommunikation. Das ist ein Aufzeig dafür, dass jemand in deinem nahen Umfeld heute unbedingt einen Ratschlag von dir benötigen wird. Meine Kraft erschafft meine Wirklichkeit. Das, worauf ich mich konzentriere, ist das, was ich verwirklichen werde. Das ist schön und das ist Berufung und Liebe. Denn das sind auch die zwei Themen, die dich gerade einfach ein bisschen nicht runterziehen, aber wo du einfach noch klarere Antworten haben möchtest. Ja, also es geht hier dabei, um zu verstehen, dass deine Manifestationskraft eigentlich die Fülle generiert, sodass du aus dem Herzen heraus glücklich wirst und dich gar nichts angreifen kann. Da dies aber jetzt noch ein bisschen mit Nebel bedeckt ist, so gesehen, fehlt dir noch der letzte Ansporn, um zu sagen, ja, genau das ist es. Aber diesen Ansporn kannst du heute bekommen, weil je mehr du dich in etwas hineinfühlst, desto weiter wirst du dich im Herzen davon entfernen. Deswegen entferne dich nicht von dem Gedanken, da Veränderungen reinzubringen, sondern komme deinem Herzen näher und frag dein Herz, welchen Impuls es dir geben möchte zu der Thematik Berufung, zu der Thematik zwischenmenschlicher Liebe. Du wirst sehen, dass dein Herz dir die wunden Punkte aufzeigen möchte. Und das wird dann deine Wirklichkeit in Kraft umsetzen, weil du hast dann Punkte, die du bearbeiten kannst und somit auch in der kommunikativen Ebene für dich lösen wirst und dir somit deinen nahen und wahren Zielen nahe kommen kannst. Ja, Herzensverbindung, dachte ich mir doch. Es gibt eine Liebesverbindung, die sich jeder Erklärung entzieht. Und das ist die Liebe zu dir. Wir hatten ja gesagt, es geht um den Selbstwert, um das Selbstvertrauen. Die Herzensverbindung sagt eben auch aus, was ich gerade dir geraten hatte. Versuche dich mit deinem eigenen Herzen erstmal zu verbinden, bevor du im Außen die Liebe suchst. Ja, es ist natürlich klar, dass man eine Partnerschaft leben möchte, aber du musst erstmal mit deinem eigenen Herz verbunden sein. Wie das geht, das ist natürlich immer sehr, sehr schwer zu wissen, wann bin ich im Herz, wann bin ich im Verstand, wann bin ich im Ego. Aber je tiefer du gehst, desto mehr emotionaler muss es werden, dann ist es Herzensebene. Und du wirst auch merken, dass es dann vielleicht auch mal so einen kurzen Wutanfall geben könnte oder eben auch einen Traurigkeitsanfall, weil du denkst, warum habe ich das nicht früher gemacht. Aber das ist okay. Das ist okay. Sobald du dir dann eine Liebeserklärung gibst und sagst, ich bin es mir wert und ich bin einzigartig, ich bin wundervoll. Das ist das, was man dir sagen sollte, weil das bist du eben auch. Schön. Wenn ich mich auf mein inneres Licht ausrichte, sehe ich die Welt mit den Augen der Liebe. Und da hast du dich mit dem Herzen verbunden, dann richtest du dich nach dem Licht natürlich aus und dann vergeht diese Unklarheit. Dann vergeht diese tausend Fragen, die man im Kopf hat. Weil du mit der Herzensverbindung klar in den Fluss deiner A-Tatkraft gekommen bist, die dir für deinen erfolgreichen Berufungsweg oder beruflichen Weg, wie auch immer du das nennen möchtest, dir die richtigen Impulse gibt. Und B, hier den Mangel auch auflöst und mangelhaftes Selbstvertrauen so aufbaut, dass du wenigstens mal beginnst, dir selbst zu vertrauen. Da geht es jetzt nicht nur um, ich kann etwas gut oder ich sehe gut aus. Es geht vor allem um die Wertschätzung für das eigene Leben. Und das wird dann ganz, ganz groß geschrieben und zeichnet dich auch aus und deswegen wirst du heute auch eine magische Wirkung haben auf Mitmenschen. Sei in der Gegenwart und träume von der Zukunft. Wenn wir träumen, ist alles möglich. In der Gegenwart zu sein, ist mit dem Herzen zu verbinden. Von der Zukunft zu träumen, ist eben deine Wünsche zu manifestieren. Und da geht es vor allem darum, ganz klar und deutlich zu formulieren, was du willst. Du kannst aber nur wissen, was du willst, wenn du weißt, was du nicht willst. Also musst du im Herzen klare Aussagen machen. Ich möchte nicht Bäcker sein zum Beispiel oder Gärtner, Gärtnerin. Ich möchte Sängerin oder Sänger werden. Ich möchte mich beruflich weiterentwickeln. Ich möchte selbstständig sein. Ich möchte ehrliche Liebe, loyale Liebe. Ich möchte Liebe schenken, aber auch Liebe erhalten. Du sollst so stark und gut formulieren, wie du kannst. Am besten schreibst du dir das alles auf und machst dir so eine kleine Mindmap für dich, die dir deine Stärke und deine Kraft und deine Ziele aufzeigt, denn so hast du es dreifach. Du hast es ausgesprochen, du hast es geschrieben, somit visuell, auch auditiv, visuell und eben kreativ geformt und somit dreifache Energie da reingegeben. Du hast es geschrieben, das ist ein sehr, 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 sehr. Untertitelung des ZDF, 2020